So, da sind wir wieder und ja, ich habe irgendwann die Geduld verloren, ich habe hier Ewigkeiten weitergemacht und neu geladen und jetzt steht dieser Kerl einfach in einer ganz anderen Position und dann habe ich noch ein bisschen rumgebastelt, aber irgendwie hat das alles nichts gebracht. Ich stehe komplett auf dem Schlauch, ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. Deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal zurückzugehen und zu gucken, ob ich irgendwas übersehen habe, irgendwelche Schlüsselelemente oder Texte oder sowas, weil dieses räudige Gedicht hier unten hilft mir kein Stück weiter. Völlig für die Katz. Ja, ich mag diese Art von Rätsel nicht so, weil es einfach keine gescheiten Hinweise gibt, das ist zu subtil. Silent Hill hat manchmal auch die ein oder anderen Rätsel, die in diese Richtung gehen, wo du einfach stundenlang davor sitzt und eigentlich nur eine Farbe von links nach rechts hätte es schieben müssen, aber es gibt keine gescheiten Hinweise und wenn, dann musst du sechsmal um die Ecke denken. Und diese sechsmal um die Ecke denken, hinterlässt natürlich verschiedene, ja, variable Wege und bis du die überhaupt mal gefunden hast, bla bla bla. Deswegen mag ich diese, what? Ist das der böse Lampenmann? Untersuchen, irgendwas passiert hier. Wo willst du denn hin, mein kleiner Freund? Monsieur Fliegelampe, das schnellste Glühwürmchen der Welt. Wo treibst du mich hin? Führst du mich zum Ziel? Ja, wenn das jetzt hier so ein Leichnam ist, der man hätte finden müssen, dann frage ich mich, wie soll man den denn einfach so finden? Ich meine, hier gibt es tausend Wege, ich hätte auch einfach dran vorbeigehen können. Der geht jetzt da hoch. Okay, schauen wir doch mal. Gehen wir hoch und gucken, ob wir Monsieur Glühwürmchen da oben finden. Hallo, bist du... Ach, jetzt stehst du da, wo du früher gestanden hast? Was ist hier los? Bedeutet jetzt was für mich? Bäh. Sieht echt ekelhaft aus. Also ich habe jetzt quasi zwei gefunden, okay? Die sagen jetzt, okay, bei zwei sind jetzt Geister. Das heißt, es müssten eigentlich noch mehr geben, oder? Weil wir haben ja sechs verschiedene, zwei, vier, sechs verschiedene Ziffern, die wir einstellen müssen, um was auch immer auszulösen. Bedeutet ja für mich jetzt wahrscheinlich, dass ich mehr Leichen finden muss. Yay, Leichen im Untergrund suchen. Yay. Okay. Wo sind sie? Die Leichen, liegen die auch hier so am Wegesrand? Hm. Hm. Hm, wo gehen wir am besten lang? Ich habe... Sollten ja vielleicht systematisch vorgehen, das würde Sinn machen, ne? Oh, what the fuck? Oh, ah, der Lampenmann. Leave me alone. Go away. What the fuck? Da haben wir richtig schön ein Grusel-Element eingebaut hier. Also wir sind jetzt hier am Anfang. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal immer links an der Wand entlang. Das heißt, hier runter, da, unter. So hier so Kreuzungen, links rein, links rein. Und so haben wir dann erstmal komplett, wenn ich immer links gehe, immer an der linken Wand entlang, haben wir einmal komplett die große Runde absolviert. Sodass wir da eigentlich nur noch innen rein müssen. So immer an der linken Wand entlang. Und hoffen, dass uns der böse Lampenmann nicht erwischt. So, hier ist kein... Kein Leichnam. Immer an der linken Wand entlang. Kein Leichnam. Kein Leichnam. Creepy Musik ist creepy. Immer links entlang. Ah, haha. Siehste? Dich hätten wir auch schon. So, und weiter linke Wand entlang. Auf der Suche nach dem Tod. Denn der wird uns den Weg zum Leben zeigen. Ja, dann haben wir ein bisschen Zeit, uns Gedanken zu machen über... Oh, what? Was ist das für ein Geräusch? Oh nein. Der böse Lampenmann. Hau ab. Verzieh dich. Geh doch weg. Mann, ey. Ich wollte gerade sagen, dann können wir uns hier ein bisschen... Du stehst ja jetzt einfach, hältst du Wache. Hast du hier irgendwie einen Patrouillen-Zeitplan, den du absolvieren musst? Ja, genau. Du machst es richtig. Ich bin... Ich bin kein Ziel für dich. Ich versuche mir zu... Also ich habe ja gestern aufgehört und ich habe mir echt überlegt, versucht... Gedanken zu machen, wie das hier... Was das zu bedeuten hat, das alles, diese Geschichten... Oh Mann, ey. Was das hier mit den Geschichten zu bedeuten hat, um Ethan... Ich verstehe es nicht so ganz. Fakt ist ja, dass Ethan hier ganz viele Geschichten schreibt. Und die scheinen irgendwie real zu werden. Es sieht irgendwie so aus, als ob Ethans Gedanken sich manifestieren. Auch so ähnlich wie bei Silent Hill, wenn ich schon wieder den Vergleich mal wagen darf. Und... Weiß... Oh Scheiße. Oh Shit. Der Lampmann. Nur was hat es mit diesen Geschichten auf sich? Der Schläfer. Also es gibt ja irgendwie die zwei Geschichten des Schläfers, der Ethans Familie irgendwie heimsucht. Und Ethans Familie versucht irgendwie den Schläfer, beziehungsweise Ethan zu retten, der den Schläfer geweckt hat. Ähm... Hm. Das ist die Frage. Und es gibt die Geschichte der eigentlichen Geschichten, die er immer schreibt. Von diesem Wolf und dieser Weltraumkapsel und äh... Von der Hexe im Wald und der hübschen Frau. Das hat ja eigentlich nichts mit dem Schläfer zu tun. Zeigt eigentlich nur, dass Ethan ein Junge mit sehr viel Fantasie ist und... Ja, irgendwie ein bisschen introvertiert ist, der sich nicht anders ausdrücken kann. Und wir haben gelernt, dass Ethans Familie ihn überhaupt nicht dabei unterstützt bei seinen... Boah, hier ist noch eine Leiche. Das bringt's. Dass Ethans Familie ihn überhaupt nicht unterstützt bei seinen Geschichten. Ganz im Gegenteil. Die beschweren sich immer, dass sie überall rumliegen und er soll doch was Gescheites machen oder so, ne? Hat die Mutter nicht beim Hexenhaus auch gesagt, dass... Ethan lieber reale Geschichten schreiben soll und nicht immer diese Fantastereien, die angeblich niemanden interessieren würden? Hm. Fakt ist, dass jeder von Ethans Familie bisher gestorben ist, ne? Und zwar auf sehr unschöne Art und Weise letztendlich. Ich guck mal hier oben, wie viele Leichen wir jetzt schon gefunden haben. Ich glaube, es müssten tatsächlich so fünf sein oder so, ne? Schauen wir mal. Zwei, vier, fünf. Wir haben sechs Teile. Ich könnte jetzt natürlich losziehen und die letzte Leiche suchen. Aber ich würde einfach sagen, wir haben ungefähr sechs verschiedene Ziffern. Das, äh... Das sollte ich eigentlich hinkriegen, ne? Mit Brute Force, mit Try and Error. Fünf habe ich so. Wo muss ich jetzt... Das hat bestimmt was mit der... Mit der Geometrie zu tun. Hier, der Davidstern. Hier haben wir das Karo, den Kreis, das Delta und das Quadrat. Nun gut. Ähm, wir haben hier das Kreis. Das ist das Z. Z, 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 Z. Da. Schauen wir mal. Das hier müsste... Was ist denn das? Das hier? Nein. Das ist das da. Das Z, das ist es, genau. Und das Delta ist dann nicht ganz beendete Kreis. Das müsste... Könnte sogar das hier sein, oder? Ja, ich glaube sogar. Das ist so ein Kreis mit einem Pfeil dran. Quasi wie so ein Turnaround-Zeichen. Der Davidstern ist dieses japanische F-Symbol. Ähm... Nee, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Das hier, das ist es, ne? Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Kreis war das Z, das haben wir ja. Karo war das Euro-Zeichen. Schauen wir mal. Da geht wahrscheinlich nicht so eine Brücke auf oder so, ne? So, und... Das Viereck war wieder ein... Das Quadrat war wieder das Z. Dasselbe Z? Ja, dasselbe Z wie im Kreis. So, und das hier ist jetzt... Ja, eins von sechs. Gehen wir einfach mal durch. Falsch. 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 Richtig. Jawohl, nice. Okay, was passiert jetzt? Oh, what the fuck? Ach du meine Güte. Wow. Musst du hier raus? Die ganze Höhle schlitt sein, verdammt. Oh mein Gott. Was zum Henker passiert hier? Was passiert hier? Oh, shit. Ich... Ähm... Der Kraken hört sich an wie ein Pottwal. Und hier ist alles unter Wasser. Wo zum... Was zum Henker? Das ist garantiert wieder eine von Isons Geschichten, in der wir hier hineingestolpert sind. Der Kraken unter Wasser. In jeder Geschichte geht es bei Ison irgendwie um Tod und Gewalt, um irgendwas Böses und Hinterhältiges oder Gemeines. Ison hat irgendwie keine schönen Geschichten. Aber das sieht so krass aus, oder? Ich hätte das gerne als Bildschirmschoner. Wie geil sieht das denn aus, ey? Das ist so verstörend mit dieser lebenden Welt unter Wasser. Oh Mann, ey. Krass. Das macht echt einiges her, oder? Was haltet ihr davon? Krass. Das sieht echt total eindrucksvoll aus. Voll schön. Wie in so einem Tauchurlaub, wo du schön am Grund hier rum spazieren kannst. So, wenn ich das hier lebe, ist wahrscheinlich die Sequenz vorbei, hä? Genießen wir nochmal einen Augenblick hier diese wunderbare, was auch immer. Diese Welt, ey. Krass. Was zum Henker? Echt? Okay. Lesen wir da Geschichte von Ison. The Curse of the Sea Thing. Der Fluch des Seegeschöpfes. Der Fluch des Seemonsters. Das henoichische Necronomikum. Die Eisenerz-Bergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Älter und Scherben zu erstechen. Gnai verflutet draufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift. Dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Ethan, ich hab dir gesagt, dass du rausgehst. Gott sei Dank. Schau, es ist gefährlich in hier. Ich werde deine Geschichte später lesen. Okay? Und ähm... Bitte sagst du nicht, dass ich hier in der Mutter bin. Okay? Okay. Jetzt geh. Geh zurück. Komm. Hm. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Am Eingang. Ich konnte hier gar nicht durch. Das ist wieder nur eine Sequenz gewesen. Da ihr schafft dein Zeug aus meinem Keller, bring's zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf den Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich mein's ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. United States Patent and Trademark Office Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat ihren Brief vom 27. Januar 73 bekommen, indem sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb ihr kürzlich eingereichtes Patent 52-7-F2-D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patentes abgelegt. In den letzten 16 Wochen haben wir über vier Dutzend angeforderte Patente von ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben sie bestanden. Mr. Carter, wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Mark, Verwaltungsdirektor. Hm. Das heißt, Isons Vater ist hier unten in die Mine gekommen, um seine Erfindungen zu bauen und zum Lagern. Und Ison hat ihn hier entdeckt. Und er sollte seiner Mutter nicht sagen, dass der Vater hier unten an irgendwelchen Pseudo-Erfindungen arbeitet, die irgendjemand anderes vor ihm schon entdeckt hatte. Ich denke, nach hinten fahren bringt jetzt nichts. Das sind also quasi diese drei Geschichtsstrenge. Erstmal diese tatsächlichen, realen Geschichten hier. Dann die Geschichte um den Schläfer. Und die einzelnen Geschichten von Ison. Das Seemonster. Der Astronaut. Das Hexenhaus. Und die Geschichten der Familienmitglieder. Zum Beispiel eine, der illegal Schnaps oben im Zimmer gebrannt hat. Und. Ja, der. Die Mutter und die Brüder, die sich über Isons Geschichten lustig machen. Der Vater, der hier unten hergekommen ist, um seine Erfindungen zu bauen. Ich verstehe das nicht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das sind irgendwie wie drei verschiedene Realitäten. Oder die Leute haben in ihrer Realität hier normal gelegt, bis der Schläfer aufgetaucht ist. Und dann passieren genau diese Geschehnisse. Aber dieser Zeitschrall, der dahinter liegt, den kann man irgendwie nicht fassen. Man kann nicht einschätzen, zu welcher Zeit was passiert. Hm. Was ist das? Das ist das Wasser, was Isons Vater meinte. Was nur eine chemische Reaktion war. Oder sei. Aber nicht kochendes Wasser. Okay. Oh, die Framewelt bricht hier ziemlich ab, ey. Es sind so engen Räume, wegen dem volumetrischen Rauch. Aber draußen, wo du einfach ewig weit wo gucken kannst, in einer beachtlichen Qualität. Okay, da läuft's flüssig. Das sind die Paradoxien der Computerwelt, würde ich sagen, ne? So, wo führt es uns hin? Welche Rätsel erwarten uns am Ende dieses Tunnels? Ich fühlte zwei Formen der Dunkelheit hier im Redkrieg Valley. Der erste, den du in den, und mit keinem Glück, aus. Aber die andere Dunkelheit war deeper, stickier, unkennbar. Und sie wollte mich, zu verlassen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Es gibt so diese offensichtliche Geschichte und die Geschichte im Hintergrund. Stehen diese in Kontakt zueinander? Ah, endlich wieder an der frischen Luft hier. Das gefällt mir schon viel besser. Und wir sind unten am Fuß des Staudammes. Und da oben ist das verrückte Haus, was am Abgrund hängt und jederzeit einzubrechen schrot. Und ein Steinbruch. Was haben wir hier? Sieht aus wie so eine Art Pumpkraftwerk oder so. Kann nicht reingucken. Wow. Wahrscheinlich haben sie die Steine für den Staudamm direkt hier vor Ort vom Steinbruch abgefördert, ne? So, hier bin ich hergekommen. Und das ist offensichtlich so eine Art Umspannwerk. Von hier gehen die ganzen Leitungen zu den verschiedenen Richtungen. Gott, das muss uralt gewesen sein. Hey, was haben wir denn hier? 1901 sogar. Wir haben ja zuerst gedacht 1920 oder 30, aber das ist noch viel älter. Krass. Das ist echt krass. Das sieht so real aus. Das sieht echt aus wie so ein Grundstein, den man hier... in Deutschland von irgendeiner Mine kennt. Wo dann hier eine feierliche Veranstaltung durchgeführt wurde, wo die ganzen alten Kumpel, die Bergarbeiter, hier vor dem Stein standen und keine Ahnung, gejubelt haben für die Eröffnung ihrer Mine. Und jetzt ist alles zum Stillstand gekommen. Und jetzt auch für die Eröffnung. Und jetzt auch für die Eröffnung. Und jetzt Untertitelung des ZDF, 2020